Aber nicht zu weit raus, ein bissel hin und her, dass man was sieht. Also, so wie es ausschaut, ist nur die ohne Leitung, oder? Das ist halt die Frage, ob der noch, der rechts irgendwie ist, wenn du nichts mehr erwischt. Da kommt nichts mehr, da sind zwei Schrauben drin, aber die One ist weiter weg, was ist mit der... Das sieht man nicht genau. Ne, ich kann doch nicht wirklich rüber gehen gerade, ich probiere es, aber... Aber mehr sieht man nicht, besser geht es nicht. Aber da hat er sich einseitig voll erwischt. Gut mal. Gut mal. Da sind die ja raus, oder? Jetzt sehen wir mal die Leitungen ein bisschen an. Warte mal, ich halte sie fest. Warte mal schnell. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh Gott. Warte mal. Ja, Schlimm. Wenn es bloß die Ohrne ist. Blöss die Ohrne ist. Nur angekratzt oder sowas. Es kann aber sein, dass es nur Dreck ist. Kann auch sein, dass es nur... Aber da hinten ist auch Dreck drauf. Warte mal schnell. Danke. 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 Danke.